Moin moin Freunde, heute heiße ich euch herzlich willkommen im zweiten Teil der Prinzipien-Serie, wo es um Trainingsgrundlagen geht und heute klären wir das Prinzip der Spezifität, was vielleicht einigen von euch auch schon als SAD-Prinzip bekannt ist, beziehungsweise Specific Adaptation to Impose Demand, was sich ziemlich einfach anhört, wo aber im Trainingsalltag doch wesentlich mehr dahinter steckt, als man zunächst zu denken vermag. Denn es ist tatsächlich das wichtigste Prinzip im Kraftsport und bildet gleichzeitig auch die Grundlage für alle anderen Prinzipien, beziehungsweise gibt diesen Prinzipien die Richtung an. Und wie ihr das auf weite Teile des Trainings anwenden könnt und selbst spezifisch trainiert, das klären wir heute und dafür habe ich mir mal diese vier verschiedenen Bücher angeschaut, die ihr jetzt hier gerade seht. Ein paar sind auch in der Beschreibung verlinkt, aber dazu kommen wir später noch genauer, um euch das eben möglichst umfassend, aber trotzdem leicht verständlich zu erklären. Zunächst einmal ist wichtig, dass das Training immer die zugrunde liegenden Systeme für eine bestimmte Sportart trainiert. Das bedeutet, wir bauen entweder Muskeln auf für eine bestimmte Bewegung innerhalb der Sportart, wir trainieren das Nervensystem, um eine bestimmte Bewegung effizienter zu machen, oder wir trainieren auch speziell, beziehungsweise genau die benötigte Bewegung, die wir für eine Sportart brauchen. Beispielsweise beim Kraftdreikampf, wenn wir das Wettkampfbankdrücken ausführen. Das wäre dann der spezifischste Weg für Kraftdreikampf zu trainieren und eben unsere Leistungen in den Wettkampfübungen zu verbessern. Aber da Spezifität auf einem Spektrum liegt, kann es auch sein, dass weniger spezifische Methoden unsere Leistungen in dem Wettkampf positiv beeinflussen. Das heißt beispielsweise Muskeln aufbauen für die Bewegung des Bankdrückens, beispielsweise Brustmuskel aufbauen, ist zwar nicht so spezifisch wie die Wettkampfübung auszuführen, aber ist dennoch ein bisschen spezifisch, beziehungsweise leicht spezifisch und fördert die Leistung im Bankdrücken auf dem Wettkampf. Kraft aufzubauen, beziehungsweise generelle allgemeine Kraft aufzubauen, ist dann noch ein bisschen spezifischer als Muskelaufbau, aber noch nicht ganz so spezifisch als den Lift selbst zu trainieren. Das heißt beispielsweise, wenn ihr jetzt immer 5x5 an der Brustpresse trainiert, dann ist das Kraftaufbau für eure Brust zwar noch nicht ganz so spezifisch wie die Wettkampfübung, aber ihr werdet auf jeden Fall schon stärker, als wenn ihr jetzt nur unspezifisch mit, sagen wir Butterflies, den Brustmuskel aufbauen würdet. Dementsprechend wäre Bodybuilding zwar nicht das spezifischste Training, was einen Kraftdreikämpfer machen kann, aber immer noch spezifisch genug, um Vorteile für das Kraftdreikampftraining, beziehungsweise den Kraftdreikampfwettkampf mit sich zu bringen. Im Gegensatz dazu gibt es dann andere Trainingsmethoden, die so unspezifisch sind, dass sie entweder keine Vorteile, beziehungsweise weder Vor- noch Nachteile mit sich bringen. Das wäre dann beispielsweise Mobility, also Mobility-Training oder Dehnen. Und dann gibt es wiederum noch weiter oder noch unspezifischer auf diesem Spektrum Trainingsmethoden, die so unspezifisch sind, dass sie einfach Nachteile für das Training mit sich bringen. Das wäre dann beispielsweise Ausdauertraining, denn Ausdauertraining kann Nachteile für die Leistungsfähigkeit im Kraftdreikampf mit sich bringen. Basierend auf diesen Beispielen können wir dann die Spezifität in vier verschiedene Stufen einteilen. Da hätten wir erstens das Training, das die Fortschritte, beziehungsweise die Leistungsfähigkeit negativ beeinflusst. Das wäre halt Ausdauertraining, weil es einfach so unspezifisch ist. Zweitens hätten wir dann das Training, das so unspezifisch ist, dass es weder Vor- noch Nachteile mit sich bringt, also Mobility-Training. Drittens hätten wir dann das Training, das zwar spezifisch ist und auch Vorteile für den Sport mit sich bringt, aber nicht so spezifisch ist, wie es sein könnte. Das wäre dann Bodybuilding-Training. Und als viertes hätten wir dann eben sehr spezifisches Training, was dann eben Kraft-Dreikampf-Training darstellen würde. Diese Einteilung hilft uns dann wiederum dabei, die Kompatibilität verschiedener Trainingsmethoden zu bewerten. So wäre beispielsweise eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining keine sinnvolle Kombination zur Steigerung der Kraft. Eine Kombination aus Mobility- und Krafttraining wäre auch keine so sinnvolle Kombination, wäre aber immer noch besser als Krafttraining und Ausdauertraining, weil es eben keinen Nachteil hat, beziehungsweise keinen negativen Einfluss auf das Krafttraining nimmt, beziehungsweise auf die Leistungsfähigkeit im Wettkampf nimmt. Eine Mischung aus Muskelaufbau und Kraftaufbautraining wäre dann schon wieder eine sehr sinnvolle Idee, weil das eben dann ziemlich spezifisch wird. Und noch spezifischer wird es, wenn man allgemeines Kräftigungstraining mit spezifischem Kräftigungstraining kombiniert. Das bedeutet allgemein, also halt unspezifische Kraft, allgemein in Übungen, wie beispielsweise mit dem Beispiel der Brustpresse, dass wir halt allgemein stark werden, auch in anderen Übungen, die vielleicht im Wettkampf keine Rolle spielen, beispielsweise auch beim Langhandelrudern stark werden und nicht nur im Kreuzheben, Bankdrücken und Kniebeugen. Spezifisch wäre dann wieder stark werden in den Wettkampfübungen. Also das wäre dann die spezifischste Trainingsmethode für das Kraft-Dreikampftraining. Ein weiteres Unterprinzip der Spezifität ist hier auch die sogenannte Directed Adaptation. Diese besagt im Vergleich zur Spezifität nicht nur, dass ein Stressor spezifisch sein muss, sondern dass er auch in einer logischen Reihenfolge präsentiert werden muss und konstant auftreten muss. Ein einfaches Beispiel wäre hier, dass eine sinnvolle Periodisierung oder Face Potentiation meistens eine bessere Strategie ist, als einfach zu versuchen, alle Charakteristiken gleichzeitig ausprägen zu wollen. Denn während das zwar einen Reiz präsentiert, ist dieser eben zu inkonstant, was dann zur Folge hat, dass man erstens nie wirklich gut in einer Sache wird, was man beispielsweise in dieser Movement-Bewegung sieht, und zweitens auch zur Folge hat, dass man die Gains, beziehungsweise das, was man sich da antrainiert hat, eben auch schneller wieder verliert, als wenn man diese Anpassungen über längere Zeiträume separat ausgebildet hätte. So habe ich beispielsweise im Moversity-Programm die Face Potentiation in die Zyklusplanung so eingebaut, dass basierend auf dem Trainingsziel eine sinnvolle Reihenfolge verschiedener Trainingsblöcke und Mesozyklen geplant wird, die die Ergebnisse in dem jeweiligen Ziel schlussendlich maximiert. So kann ich hier beispielsweise meine Zyklusplanung für meinen Kraft-Dreikampf-Wettkampf zeigen, für die ich erst über einen längeren Zeitraum eine Muskelaufbauphase eingeplant hatte, um eben das Potenzial zur Kraftentwicklung zu maximieren, denn mit mehr Muskelmasse hast du eben auch eine bessere Ausgangsposition, um Kraft aufzubauen. Daraufhin folgt dann ein Kraft-Trainingsblock, bei dem ich dann die neuromuskuläre Effizienz steigere, indem ich schwerer in einem geringeren Wiederholungsbereich und mit weniger Volumen trainiere. Und nachdem ich dann Muskelmasse und Kraft aufgebaut habe, baue ich im Peking die Ermüdung ab, die sich durch diese Trainingsblöcke angesammelt hat und setze metaphorisch mein volles Potenzial frei, das nicht mehr von Ermüdung reduziert wird. Wenn ihr wollt, kann ich zum Thema Face Potentiation gerne auch noch ein separates Video machen, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Kommen wir als nächstes zu den Praxistipps, die euch dabei helfen sollen, eben diese Spezifität in euer Training zum richtigen Zeitpunkt einzubauen. Da wäre ja als erstes beispielsweise, dass man je näher der Wettkampf kommt, spezifischer zum Wettkampf trainieren sollte. Das heißt beispielsweise im Falle eines Kraft-Dreikampf-Wettkampfs, dass ich in Nähe des Wettkampfes, eben wie ich gerade erklärt habe, schwerer und mit geringeren Wiederholungen trainiere und auch spezifischer zu den Übungen trainiere. Das heißt spezifisch oder Spezifität bezieht sich sowohl auf die Übung als auch auf die Intensität und der beste Weg in einer Übung besser zu werden, ist eben diese Übung zu trainieren. Aber auch für Hypertrophie ist Spezifität wichtig, denn so zeigte eine ältere Studie, dass Muskelwachstum im Bizeps schneller auftrat als in den Beinen, wenn die Teilnehmer den Bizeps-Curl und die Beinpresse trainierten. Das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass es länger dauerte, motorisch die Beinpresse zu erlernen als den Bizeps-Curl und somit auch länger dauerte, die Bewegung schwer genug überlasten zu können. So sind anfängliche Kraftzuwächse speziell bei komplexeren Übungen auch primär den neuromuskulären Anpassungen und nicht den muskulären Anpassungen zu verdanken. Das Training für den Muskelaufbau sollte zwar eine gewisse Übungsvielfalt beinhalten, aber wenn man jetzt einen Trainingsplan so aufbaut, dass man nie die Gelegenheit bekommt, eine Übung wirklich gut zu erlernen, dann kann das den Muskelaufbau eben beeinträchtigen. Bezogen auf die Intensität fand eine Studie heraus, dass ein regelmäßiges Training mit 3 Wiederholungen dem regelmäßigen oder dem ausschließlichen Training mit 10 Wiederholungen überlegen war, was die Kraft angeht bzw. zu mehr Kraftgains führte. Und das ist auch logisch so, weil das eben spezifischer ist und mehr neuromuskuläre Anpassungen liefert als ein Training mit einer 10 Rep Max. Außerdem sind deine regenerativen Ressourcen endlich und dementsprechend solltest du sie auch nutzen und eben nicht beispielsweise im Oversity-Programm alle Muskelgruppen als Priorität ankreuzen, denn dann sind sie irgendwie keine Prioritäten mehr. Also geht damit auf jeden Fall weise um und entscheidet euch für bestimmte Sachen, anstatt zu versuchen, irgendwie jede Sportart gleichzeitig besser zu machen, denn das fördert auch den Interferenzeffekt bzw. führt dazu, dass ihr einen größeren Interferenzeffekt zwischen den einzelnen Sportarten habt. Und diesen gilt es nämlich zu minimieren. Zum einen mit dem Volumen, das man für bestimmte Sportarten auswählt. Das heißt, ihr müsst euch jetzt nicht nur für eine Sportart spezifisch entscheiden, sondern kann ja sein, dass ihr gerne Fußball spielt oder gerne Kampfsport macht, wie ich das bis vor einiger Zeit auch noch gemacht habe, aber nebenbei auch gerne stark und muskulös werden wollt. Das ist vollkommen okay. Dann solltet ihr nur eben weise mit dem Volumen, das ihr für die andere Sportarten nutzt bzw. macht, umgehen. Also erstens gilt es da, das Trainingsvolumen gut anzupassen. Das heißt, es geht nicht, dass ihr 10 Mal die Woche Fußball spielt und 10 Mal die Woche Krafttraining macht. Macht absolut keinen Sinn. Dann solltet ihr natürlich auch den Einfluss dieser Trainingsart bzw. dieser Sportart beachten, den diese Sportart auf die bestimmte Sportart hat, die euch jetzt am wichtigsten ist. Das heißt, Fußballtraining hat natürlich einen großen Einfluss auf Krafttraining, speziell das Beintraining. Und dementsprechend solltet ihr auch die Trainingsart beachten und den Zeitpunkt. Trainingsart haben wir oben schon geklärt. Das heißt beispielsweise eine ausdauerreiche Sportart ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Idee, wenn Kraftdreikampf für euch das oder die Sportart ist, in der ihr unbedingt besser werden wollt. Zum Zeitpunkt muss man sagen, dass wenn ihr euch dazu entscheiden solltet, mehrere Sportarten gleichzeitig zu machen, dass ihr diese möglichst weit voneinander entfernt macht. Das heißt beispielsweise kein Kardiotraining vor dem Krafttraining, sondern Kardiotraining am besten möglichst lange danach oder möglichst lange davor bzw. vor dem Krafttraining. Denn so reduziert ihr eben diesen Stör- oder Interferenzeffekt. Des Weiteren solltet ihr eure Assistenzübung mit einem logischen Grund auswählen und nicht auswählen, weil sie gerade irgendein Influencer gemacht hat, ohne vorher drüber nachzudenken, ob diese Übung euch überhaupt bei euren Zielen und mit eurem Körper bzw. mit eurem Trainingsstand hilft oder hilfreich ist. So haben mich zum Beispiel viele schon auf verschiedene Übungen angesprochen, die ich im Training gemacht habe. Und ich habe denen natürlich dann erklärt, wieso ich die Übung gemacht habe, aber ihr solltet dann immer noch individuell basierend auf euren Zielen und eurem Körper entscheiden, ob die Übung dann für euch sinnvoll ist und nicht einfach irgendeine Übung nachturnen, die gerade irgendwie ein Influencer-Promi oder sonst was gemacht hat. Damit hängt auch zusammen, dass ihr immer spezifisch bleiben solltet und in der Lage bleiben solltet, bestimmte Trainingsentscheidungen zu Übungen, Trainingsart oder sonstigen Verhaltensweisen gut erklären zu können. Das heißt, wenn ihr etwas macht, dann solltet ihr dafür eine gute Begründung haben und am besten auch irgendwie einen Beleg. Zu viel Spezifität ist allerdings auch nicht gut, weil das erstens die Fortschritte langsamer macht und zweitens dazu führt, dass wir bestimmte Anpassungen aus anderen Phasen auslassen bzw. verpassen. Das heißt, beispielsweise, wenn wir den ganzen Tag oder das ganze Jahr lang rum nur mit Heavy Singles trainieren, also schweren Einwiederholungen, wie es im Wettkampf der Fall ist, dann führt das dazu, dass wir nie einen Hypertrophieblock hatten und halt auch keine Muskelmasse aufbauen und auch keinen allgemeinen Kraftblock haben, also auch keine allgemeine Kraft aufbauen. Und so verpassen wir dann eben viele Anpassungen, die sehr förderlich für den Wettkampf wären, weil wir dachten, das meiste an Spezifität, Year-Round, wäre die beste Entscheidung. Außerdem kann zu viel Spezifität auch zu Übertrainingssymptomen führen und dazu führen, dass unsere Regeneration sich verlangsamt. Was ihr auch beachten solltet, ist, dass die Spezifitätsanforderungen mit der Trainingserfahrung steigen bzw. sich zu verändern. So müssen beispielsweise erfahrenere Athleten, weil sie halt meistens stärker sind, einen Teil des Volumens von Mainlifts bzw. Hauptübungen, wie jetzt beispielsweise sagen wir Kreuzheben, auf Assistenzübungen verteilen. Habt ihr auch in dem Video über meinen Trainingsplan gesehen? Ich mache gar kein normales Kreuzheben, einfach weil ich zu stark im normalen Kreuzheben bin. What? Ah, okay. Ne, aber weil das dann zu viel Ermüdung anhäufen würde, würde ich jede Woche schweres Kreuzheben machen mit dem Gewicht, das bei mir eben eine Überlastung produziert. Und deswegen nehme ich lieber Assistenzübungen, bei denen ich mit einer geringeren Last einen gleichen oder einen gleichwertigen Reiz erzielen kann bzw. eben einen Überlastungsreiz erzielen kann. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die Spezifitätsanforderungen eben im Laufe einer Trainingskarriere verändern. Die meisten Infos aus diesem Video stammen aus den zwei Büchern, einmal Scientific Principles of Strength Training von Dr. Mike Isretel und Co. vom Team Renaissance Periodization. Da habe ich auch einen 10% Gutschein für euch. Das heißt, wenn ihr unten den Link in der Beschreibung klickt und dann im Bestellprozess Dale10 eingebt beim Gutscheincode, dann spart ihr 10% auf die Bücher von RP Strength bzw. Renaissance Periodization. Und da frage ich mich, wieso ihr euch noch nicht die Bücher geholt habt. Ich habe da auch kräftig zugeschlagen und mehrere Bücher geholt. Kann ich nur empfehlen, die Bücher sind top. Das zweite Buch, aus dem ich viele Informationen gezogen habe für dieses Video, sind die Helms Pyramids. Die habt ihr ja schon kennengelernt. Beispielsweise in der Lies dies nicht das Serie. Da ist auch wieder der Link in der Beschreibung. Wenn ihr die Links klickt, unterstützt ihr mich damit auf jeden Fall. Also das sind Affiliate Links. Deswegen bedanke ich mich bei jedem, der sich dafür entscheiden sollte, irgendwie über den Link was zu kaufen oder so. Damit unterstützt ihr immer die Videoproduktion und dafür bin ich euch sehr dankbar. Vielen Dank. Also wirklich, das freut mich. In einen Trainingsplan integriert, findet ihr die Prinzipien, die wir hier besprechen, auch im Moversity Programm, das individuell für euch einen Trainingsplan erstellt. Also so wie letztens im Teil 1 Adherenz besprochen, wird auch die Spezifität im Moversity Programm groß geschrieben und berücksichtigt. Deswegen, wenn ihr daran Interesse habt, schaut euch das gerne hier an. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Liked auch mal das Video und schreibt mir in die Kommentare, welches Prinzip euch noch so interessieren könnte. Ciao.